Und dieses letzte Material, das ist am 24. April noch rausgebracht, denn ich bin am 22. April noch hier, ich wollte ja meine Frau holen, meine Frau hat noch einen Platz bekommen im Flugzeug mit der Tochter, die Tochter war sehr krank. Das konnte nicht, ich bin dann die Reiskanzlei wieder zurück und dort habe ich einen Notkoffer noch zugestellt zu dem Material, worauf die Westalliierten sehr scharf darauf waren.